Ahoi Büros, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975. Heute starten wir in den Krymet Sonderpostenprospekt. Dort gibt es nun auch ein Leak, beziehungsweise das Sortiment. Allerdings muss man dazu sagen, bei Krymet war es schon immer so, ich weiß gar nicht, ob man das Krymet oder Krymet oder Krymet oder was auch immer ausspricht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist es immer schon so gewesen, dass das Sortiment von Markt zu Markt sehr variiert hat. Das heißt, das, was im Prospekt jetzt gleich zu sehen sein wird, das wird es höchstwahrscheinlich geben. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass es nicht noch viel, viel mehr an Feuerwerk dort geben wird. Hier in Kiel zum Beispiel, der Krymet, der ist immer relativ rar gewesen. In Husum dagegen ist der bestens bestückt gewesen. Und ja, also ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt gleich einfach mal an. Und Krymet ist ja eher so in den norddeutschen Regionen, also da, wo ich herkomme, angesiedelt. Aber ich denke mal, interessant ist es trotzdem immer. So, und dann würde ich sagen, Feuer frei, wir starten. Gut, Freunde. Erste Seite. Die anderen Seiten sind jetzt nicht so sortiert, bin ich euch ehrlich. Aber egal, wir schauen uns das an. Und auf der ersten Seite sehen wir hier erstmal ein Raketenset und zwar das Aerospace für 12,95 Euro. Ähm, dann ist hier so ein Edelstein-Mix an Batterien. Das sind so kleine Zwölfschüsser von, ähm, Nico. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die sind. Müsste man sich vielleicht mal anschauen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die einen Zerleger-Effekt haben. Ich gehe eher davon aus, dass es so ein kleiner Schütteffekt oben am Himmel sein wird. Aber vielleicht irre ich mich da jetzt auch. Dann haben wir hier Krypton oder die Nitro-Box. Also, ja, kann man sich, glaube ich, auch suchen, welche man von den beiden nimmt. Äh, die eine hat 158 Schuss, die andere 160 Schuss. Und, äh, gibt es zum Preis von 17,95 Euro. Je Stück natürlich, nicht beide auf einmal. Dann haben wir hier das Fantastic Rockets Set. Und die Glamour Rockets von Leslie. Äh, ich finde es immer wieder cool, dass, dass der Krymet-Sonderposten tatsächlich doch auch Leslie im Angriff. Und was mich extrem stark gewundert hat, es gibt hier die Bang & Scream-Raketen für 12,95 Euro. Also einfach günstiger als bei Lidl das Phantom & Ghost, was ja 1 zu 1 dasselbe Sortiment ist. Das finde ich schon, äh, ist ganz schön krass. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Krymet vom Sortiment her ein wenig nachgelassen hat. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch das, ähm, Fantastico oder das Feuertanz-Sortiment. Ja, und jedes Set, was ihr hier seht, wird 12,95 Euro kosten. Ja, hier ist noch so ein Power Flash. Also, letzten Endes ist es so eine kleinere Form, ähm, des Top Gun-Bombenrohrs, welches es ja damals bei, äh, Lidl oder Aldi zu erwerben gab. Dann haben wir hier Hotstepper von Leslie, eine schöne Fontäne, die Feuertonne von Nico. Was ich krass finde, die Gold von Leslie, die für 2,99 Euro, der Preis ist anscheinend echt stabil geblieben. Entweder haben die riesige Menge abgenommen, aber die Gold ist ja überall eigentlich inzwischen bei 3,49 Euro angesiedelt. Und daher, das ist auf jeden Fall nochmal ein Top-Artikel, den man sich dort kaufen kann. Ähm, Touch of Gold für 13 Euro. Das ist ja auch, meine ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, eine Fontäne. Oder startet mit einer Fontäne und geht dann entweder in, äh, Zerleger rüber oder in, äh, Kometen. Ähm, aufsteigende Kometen, aber ich glaube, es hatte dort bei dieser Touch of Gold auch was mit Zerlegern, äh, zu tun. Ja, die Jackie Chance für 1,50, die kann man sich definitiv mitnehmen. Genauso wie die Moskitos, also das ist wirklich ein hammermäßiger Preis. Hier 1,49 für die Moskitos, das ist ja fast geschenkt und hinterhergeworfen. Crackler-Batterie, ja, da, also sind wir uns, glaube ich, alle einig, die braucht man sich nicht holen. 1,2 Polizei, eine lustige Batterie. Äh, die habe ich damals auch mal, äh, ein paar Polizisten besorgt. Grüße gehen raus an die Kollegen. Äh, Paukenschlag ist hier noch und, ähm, Hipster. Ja, Hipster ist wahrscheinlich, Kerzen-Batterie steht hier. Steht hier wirklich Kerzen-Batterie? Also wahrscheinlich so eine römische Lichter-Batterie einfach letzten Endes. So, dann schauen wir uns mal die nächste Seite an. Hier haben wir das Kometenrohr für 4 Euro und die Turbostaffel. Ein schönes Vögel-Sortiment für 3 Euro, finde ich vollkommen in Ordnung. Lucky 8, Big Crackles oder, ja, man kennt sie eigentlich unter den Big Balls oder wie auch immer man sie nennen mag. Ähm, die riesigen Crackling-Kugeln. Für 2 Euro absolut guter Preis. Hier ist das Bombenrohr von, ähm, von Veko müsste das hier sein für 2,99. Und hier ist nochmal ein römisches Licht. Drei Stück, drei Feuerlanzen mit 15 bunten, ähm, Leuchtkugeln. Also drei für 1,50. Wenn das so stimmen sollte, ist das ein guter Preis. Hier nochmal römische Lichter. Also ein Bündel mit, ähm, ich glaube 10 Stück sind das mit 20 Schuss. Für 4 Euro, auch völlig akzeptabel. Böller sind mit dabei. Feuerkasten, ein Sortiment von Diamond müsste das hier sein. Ein Leuchtsortiment. Dann noch ein paar Böller, beziehungsweise Knallmatten. Preislich erkenne ich da jetzt keine Erhöhung. Also es sieht alles akzeptabel aus. Ultra Force, Unicorn Impressions und die Spinks-Fontäne von Veko. G3,99 ist auch okay. Auf der Seite haben wir hier noch Triple Fire für 20 Euro. Das sieht mir ganz danach aus, als wären das einfach nur dreimal die Bloody Mary ganz stumpf. Müsste man sich vielleicht auch nochmal ein Video angucken. Aber es sieht, von der Bauform her, von der Batterie, sieht es für mich aus, als wäre das definitiv die Bloody Mary. Ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen so F1-Sortiment. Das ist eher uninteressant für uns. Hier gibt es noch zwei Raketensortiments. Einfach das Foo-Speed oder das Car Street Fighter. Und hier haben wir nochmal eine Fontäne. Kaleidos, was soll das sein? Kaleidoskop. Okay, also den Namen kann ich nicht aussprechen. Vielleicht kann es einer von euch. Sitzpinkler für 2 Euro ist hier noch am Start. Ähm, Pro Toys-Fontäne ist hier noch am Start. Dann haben wir die riesen Flimmer-Vulkane von Veko. Die sind tatsächlich auch immer ganz gut gewesen. Für 2,99 Euro. Ja, die kann man sich einpacken durchaus. Feuerzeuge, alle schlecht. Die würde ich auf gar keinen Fall mitnehmen. Also wer solche Feuerzeuge an Silvester hat, der hat eigentlich auf gut Deutsch verloren. Kannste knicken. Dann ist hier noch so ein Leuchtsortiment von Diamond Fireworks. Ähm, Juwel-Fontänen. Ein kleiner Vulkan und zwei kleine Fontänen. Für 5 Euro nicht ganz günstig für 5 Fontänen. Äh, muss man sich doch schon eher überlegen, ob man da nicht zum Leuchtspektakel zum Beispiel aus dem Lidl greift. So, eine Seite will ich euch aber nochmal zeigen. Und zwar sieht man hier Verbünde ohne Preise. Also dort kann man tatsächlich noch nicht sagen, was das Ding denn kosten wird. Ich denke aber, dass die im Vergleich zu anderen Läden günstiger sein werden. Und hier gibt es unter anderem das Inferno von Diamond Feuerwerk. Das finde ich ist ein sehr, sehr starkes Verbund von Diamond. Und wir sehen hier schon die Buffalo und die, also Brutal-Buffalo oder Bows-Brothers. Ähm, ja mal gucken. Ich bin gespannt, ob es da nicht noch mehr geben wird. Also ich, ich glaube ganz ehrlich, dass es noch ein viel breiteres Sortiment gibt. Aber das dann halt verteilt in den Läden, je nachdem, was da für Hersteller anliefern. Aber bei uns gab es meistens auch bei Krymet Panda. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel gar nicht mehr. Ich denke mal, gerade in Husum, da wo Panda auch in der Nähe ist, wird es auch wiederum Panda geben. Okay Freunde, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war ein kleines Prospektor-Update. Jetzt hier einen Laden aus meiner Region. Wäre der Krymet jetzt in Bayern nur angesiedelt, hätte ich das Video nicht gemacht. Aber dadurch, dass es ja doch für mich interessant ist, weil halt bei mir ringsum überall Krymet Läden sind, passt das eigentlich vom Ding her ganz gut. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein Büros. Ciao, ciao.